Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich, Magdalena, werde dich heute durch das Mastery-Video und damit das letzte Video zum Thema Division mit ganzen Zahlen begleiten. Es erwarten dich Divisionen mit mehreren Zahlen. Lege dir Zettel und Stift bereit, damit du selbst rechnen oder wichtige Dinge mitschreiben kannst. Los geht's! Stell dir vor, du bekommst von deiner Oma 50 Euro in die Hand gedrückt. Sie sagt zu dir, dass du die Hälfte davon deinen Eltern geben und die andere Hälfte unter euch fünf Geschwistern aufteilen sollst. Wie viel Geld erhältst du nun von den 50 Euro? Die Rechnung würde folgendermaßen aussehen. Plus 50 dividiert durch plus 2 durch plus 5 ist gleich. Wie müsstest du hier nun vorgehen? Grundsätzlich beginnen wir von links nach rechts zu rechnen, wenn keine weiteren Klammern um eine Rechnung stehen. Zuerst betrachten wir die Division plus 50 dividiert durch plus 2. Hier gehen wir wie bereits in den anderen zwei Videos vor. Wir schauen zuerst auf die Vorzeichen. Anhand der Vorzeichenregeln wissen wir, dass die Division zweier positiver Zahlen wieder positiv ist. Daher können wir ein Plus anschreiben. Danach rechnen wir die Division aus und erhalten den Quotienten der ersten Division plus 25. Jetzt sieht die Division wieder so aus, wie wir sie bereits kennen, denn es bleiben nur mehr zwei Zahlen zum Rechnen übrig. Plus 25 dividiert durch plus 5. Wir beginnen auch hier wieder von vorne. Wir schauen uns wieder die Vorzeichen an. Wir sehen, dass das Ergebnis positiv sein muss. Im nächsten Schritt rechnen wir die Division aus und erhalten plus 5. Somit lautet das Ergebnis der Beispielaufgabe plus 5. Damit wissen wir, dass jedes der fünf Geschwister 5 Euro bekommt. Anhand der Aufgabe haben wir bemerkt, dass der Rechenvorgang genau der gleiche ist wie bei der Division mit zwei Zahlen. Der Unterschied besteht darin, dass ich die Division in mehreren Schritten berechne, so dass ich immer nur zwei Zahlen miteinander dividiere. Machen wir gleich noch eine weitere Beispielaufgabe dazu. Minus 96 dividiert durch plus 3 dividiert durch minus 8 ist gleich. Wenn du sie alleine lösen möchtest, drücke jetzt auf Pause. Gehen wir wieder Schritt für Schritt durch, was zu tun ist. Wenn wir die Rechnung anschauen, finden wir nur Punktrechnungen, weshalb wir von links nach rechts zu rechnen beginnen. Übrigens, das kannst du dir für weitere Rechnungen merken. Wenn nur Punktrechnungen, also Multiplikations- und Divisionszeichen oder nur Strichrechnungen, also Plus und Minus und keine weiteren Klammern in einer Rechnung vorkommen, rechnen wir immer von links nach rechts. Zu Beginn teilen wir die Rechnung wieder so ein, dass wir eine Division mit einem Dividenden und einem Divisor erhalten. Weil wir von links nach rechts zu rechnen beginnen, ergibt sich unsere erste Teilrechnung. Minus 96 dividiert durch plus 3. Wir schauen uns zuerst das Vorzeichen der beiden Zahlen an. Laut dem ersten Merksatz ist das Ergebnis der Division einer negativen und einer positiven Zahl negativ. Also schreiben wir ein Minus nach dem ist gleich. Jetzt können wir den Quotienten ausrechnen und erhalten minus 32. Schreiben wir nun die neue Division an. Es ergibt sich folgende Rechnung. Minus 32 dividiert durch minus 8. Zuerst betrachten wir wieder die Vorzeichen. Wir wissen, dass wenn man zwei negative Zahlen durcheinander dividiert, ist der Quotient positiv. Also schreiben wir nach dem ist gleich ein Plus. Jetzt können wir wie gewohnt die beiden Zahlenwerte dividieren und erhalten 4. Somit lautet das Ergebnis der Aufgabe plus 4. Falls du dasselbe Ergebnis erhalten hast, hast du richtig gerechnet. Super! Falls nicht, vergleiche deine Rechnung mit den Lösungsschritten des Videos. Zum Schluss machen wir eine Beispielaufgabe, wo nur das Vorzeichen vom Quotienten ermittelt wird. Die Division darfst du im Anschluss, wenn du möchtest, gerne ausrechnen. Das Ergebnis schreibe ich am Schluss der Aufgabe hin. Unsere Aufgabe lautet plus 3240 dividiert durch minus 12 dividiert durch minus 9 dividiert durch plus 5 dividiert durch minus 3 und dividiert durch plus 2 ist gleich. Wie können wir hier am besten vorgehen? Wenn du eine Idee hast und es alleine versuchen möchtest, stoppe das Video. Um das Vorzeichen zu ermitteln, reicht es, wenn wir wie bereits bei den vorherigen Rechnungen nur die Vorzeichen anschauen und Schritt für Schritt gemeinsam überlegen. Am besten schreibst du bei dieser Rechnung ab jetzt nur mehr die Vorzeichen des neuen Dividenden an. Da es sich wieder nur um Punktrechnungen handelt, beginnen wir von links nach rechts zu rechnen. Schauen wir uns wie bei den vorherigen Rechnungen nur die erste Division an. Plus 3240 dividiert durch minus 12. Das Vorzeichen des Quotienten wäre nach unserem ersten Merksatz negativ. Betrachten wir die nächste Teilrechnung. Eine negative Zahl dividiert durch minus 9. Aus unserem zweiten Merksatz geht hervor, dass eine negative Zahl durch eine negative Zahl positiv ist. Machen wir so weiter wie bisher. Wir schauen uns das Ergebnis der vorherigen Division an. Das Ergebnis ist positiv. Eine positive Zahl dividiert durch eine positive Zahl, in unserem Fall plus 5, ist wieder positiv. Betrachten wir die nächste Teilrechnung. Eine positive Zahl dividiert durch minus 3. Anhand des ersten Merksatzes wissen wir, dass ein positiver Dividend durch einen negativen Divisor einen negativen Quotienten ergibt. Somit sind wir auch schon bei der letzten Division angekommen. Eine negative Zahl dividiert durch eine positive Zahl, in unserem Fall plus 2, ergibt wieder eine negative Zahl. Somit wissen wir, dass der Quotient der gesamten Division negativ sein muss. Drücke auf Pause, falls du das Ergebnis noch ausrechnen möchtest. Die Lösung der gesamten Division lautet minus 1. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wenn du wissen möchtest, ob das Vorzeichen des Quotienten der Division negativ oder positiv ist, reicht es, wenn du die negativen Zahlen zählst. Ist die Anzahl aller negativen Zahlen gerade, so ist der Quotient positiv. Ist die Anzahl aller negativen Zahlen ungerade, so ist der Quotient negativ. Schauen wir uns die vorherige Beispielaufgabe 3 erneut an. Sie beinhaltet drei negative Zahlen, nämlich minus 12, minus 9 und minus 3. Die Zahl 3 ist eine ungerade Zahl. Somit wissen wir, dass der Quotient der Division negativ sein muss. Nun sind wir auch schon am Ende des Videozyklus angekommen. Du hast dich sehr intensiv mit der Division von ganzen Zahlen beschäftigt. Du kannst sehr stolz auf dich sein, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Rechnen mit ganzen Zahlen.